Der erste Schritt eines neuen Weges. Wir sind ihn gegangen vor 50 Jahren. Es braucht Menschen mit Mut und Vision. Ohne zu zögern sind wir losgelaufen. Wir sind schnell gewachsen. 1975, bereits drei Jahre nach der Gründung, hat das Unternehmen 560 Mitarbeiter und ist im ganzen Land tätig. Unser Weg ging immer weiter. Die 80er und 90er Jahre waren geprägt von Veränderungen und neuen Phänomenen wie dem aufkommenden Online-Handel. Nach dem Mauerfall weiten wir unser Netzwerk auf die ostdeutschen Bundesgebiete aus. Unser Engagement und Herz haben neue Wege geöffnet. Ende der 90er sind wir in die Städte und Dörfer gezogen. Wir haben ein landesweites Netzwerk an Paketshops aufgebaut. Zusammen gehen wir in ein neues Jahrhundert. Wir haben unseren Weg immer wieder angepasst an moderne Werte, neue Technologien und nachhaltige Interessen. Wir haben Erfahrung, Ideen, Leidenschaft und Mut. Wir halten zusammen. Was uns verbindet, ist das Wissen, dass wir in dieser Welt etwas bewegen. Mit unserer Arbeit, mit unseren Ideen. Schritt für Schritt, Jahrzehnt für Jahrzehnt, von Generation zu Generation. Wir sind eins. Wir sind Hermes. Mit moderner Technik und nachhaltigen Innovationen. 50 Jahre Hermes. Die Zukunft schon unterwegs. 50 Jahre her,. 20 Jahre Hermes. Mmám lithium.